Wenn der Kugelschreiber einem einen Strich nicht durch die Rechnung, sondern auf das Funktionstextil macht, ist das ärgerlich. Aber der Ärger muss nicht lange wehren, denn das Entfernen von Kugelschreiberflecken ist fast schon simpel. Der Fleck lässt sich mit dem Parfum 4711 sehr effektiv entfernen. Das Parfum wird direkt auf den Fleck am Textil aufgesprüht, der Fleck wird aufgesaugt und verschwindet quasi wie von Zauberhand. Untertitelung des ZDF, 2020